Hallo wahrheitssuchende Freunde der Freiheit. Werden wir von der Politiker-Kaste beherrscht? Ist es wirklich so, dass die da oben die Macht haben und wir hier unten eigentlich gar nicht mitreden können? Dass es egal ist, wen wir am Ende wählen, weil die doch eh alle das gleiche machen, was ihnen nutzt? Diese und ähnliche Theorien habe ich jetzt schon mehrfach gehört und sie sind ein Evergreen. Sie sind ein Evergreen bei Libertären, sie sind bei Liberalkonservativen sehr beliebt, sie sind auch in der breiten Bevölkerung enorm beliebt. Der Gedanke, dort oben ist eine fremde Kaste, die irgendwie unter sich alles ausmacht und nur sich selber bereichert und kooperiert zusammenarbeitet, ist eine enorm starke Vorstellung. Aber stimmt diese Idee, oder? Steckt dahinter nicht ein völlig falsches Bild von Politik? Auf den ersten Blick spricht erstmal einiges dafür, dass wir es mit einer tatsächlichen, verschworenen Politiker-Kaste zu tun haben. Politiker, auch parteiübergreifend, haben irre viel Kontakte, wenn sie erstmal in Berlin sind. Sie sitzen in gemeinsamen Ausschüssen, sie sind vielleicht in gemeinsamen Verbänden, sie sind verbunden durch Parteien, durch Koalitionsregierungen, sie tauchen auf den gleichen Empfängen auf, reden mit den gleichen Medien und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben das hier mit einer Gruppe zu tun von ganz vielen Leuten, die sich untereinander kennen und hoch vernetzt sind, die sich zu einem ganz erheblichen Teil täglich, wöchentlich sehen, treffen, miteinander reden. Und das ist nicht alles. Wenn wir uns angucken, wie es beruflich im Bundestag aussieht, und dazu haben wir einige Daten, denn das wird erhoben, dann sehen wir, dass auch sehr viel mehr die Politiker verbindet, wenn wir auf ihre Herkunft gucken. Politiker in Deutschland sind überwiegend studierte Leute und auch in den Berufen zeigen sich ein paar sehr klare Trends. Die größte Gruppe von Politikern vom vorangegangenen, ausgeübten Beruf sind tatsächlich Juristen. Sie machen alleine weit über 25 Prozent des Bundestages aus. Das ist aber nicht alles. Auch Wissenschaftler und Lehrer sind im Bundestag weit überdurchschnittlich vertreten. Was sie zudem verbindet, ist meistens eine ähnliche Erfahrungswelt in der Parteikarriere. Sich erfolgreich hochzubücken, ist etwas, das alle Politiker kennen. Verbandsarbeit, endlose Konferenzen, komische Absprachen, gute Connections, Netzwerke knüpfen und am Leben erhalten sind absoluter Berufseitag für diese Menschen. Sprich, auch hier verbindet sie sehr, sehr, sehr viel. Haben wir also tatsächlich eine eingeschworene Elite, eine Politiker-Kaste, die gegen den Willen des Volkes ihre Interessen durchdrückt? Nun, ich denke nicht. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns einmal mit Anreizstrukturen beschäftigen. Das heißt, damit, was im System sozusagen dafür sorgt, dass sich Menschen auf eine bestimmte Art verhalten. Eine Anreizstruktur wäre zum Beispiel, wenn ich in den Nebenraum gehe, kriege ich einen Schlag. Wenn ich nicht reingehe, kriege ich keinen Schlag. Ergo habe ich einen Anreiz, nicht in den Nebenraum zu gehen. Denn in den Nebenraum zu gehen hat für mich einen nachteiligen Effekt. Nicht in den Nebenraum zu gehen sorgt dafür, dass ich diesen nachteiligen Effekt nicht habe. Aber Anreiz ist also all das, was wir sehen können, was dafür sorgt, dass wir eine bestimmte Sache ertun oder nicht tun. Und hier beginnt bereits der erste wichtige Bereich, der dagegen spricht, dass Politiker eine allzu verschworene Gemeinschaft sind. Und das liegt in der Natur des Parlamentes. Wir sind gewöhnt, Politiker als Teil von den Mächtigen zu betrachten und fallen damit in gewisser Weise auf eine große linke Verschwörung herein. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen mächtigen Leuten in der Wirtschaft und den Mächtigen in der Politik. Mächtige Leute in der Wirtschaft haben die Möglichkeit, dadurch erfolgreich zu werden und an Ressourcen zu kommen, Geld zum Beispiel, Gestaltungsmacht, indem sie den Kuchen größer machen. Sprich, indem sie dafür sorgen, dass durch Innovation, durch Effizienzsteigerung usw. mehr produziert wird, mehr Wohlstand entsteht. Und Politiker haben diese Möglichkeit in ihrer Karriere nicht, denn die Plätze in einem Parlament sind begrenzt. Wir haben im Bundestag eine bestimmte Anzahl an Sitzen und meine einzige Möglichkeit, einen dieser Sitze zu kriegen, ist, dass ein anderer ihn nicht hat. Das ist in der Wirtschaft so nicht der Fall. Ich kann sehr, sehr gut Geld verdienen, wenn alle Brötchen herstellen, indem wir anfangen, Croissants herzustellen. Ich muss nicht um die Brötchen konkurrieren. In der Politik ist das anders. Es gibt nur ein Parlament und nur eine Möglichkeit, die Sitze zu kriegen. Und das bedeutet, ich kriege sie und wer anders kriegt sie nicht. Das heißt, wir haben hier ein geradezu diabolisches Wettbewerbssystem. Nicht umsonst gilt der alte, schon seit Jahrzehnten im Umlauf befindliche Spruch, Feind, Erzfeind, Parteifreund. Denn am meisten sogar konkurrieren wir zumeist mit den Leuten in unserer eigenen Partei, um die wenigen aussichtsreichen nächsten Plätze. Wenn meine Partei ein, sagen wir mal, relativ festes Wählermilieu hat, und früher war das noch stärker, aber es gibt immer noch so bestimmte Wählermilieus, gerade zum Beispiel bei CDU und SPD, die sind relativ sicher. Wenn meine Partei dieses Wählermilieu hat, dann kann ich dann am besten einen Posten im Parlament kriegen und einen gut bezahlten Job und entsprechend Bezüge, Einfluss und so weiter, indem ich zusehe, dass ich an der Spitze dieser Liste stehe, auf einem der sicheren Listenplätze, die mich in den Bundestag bringen. Und das sorgt dafür, dass wir einen starken Anreiz haben, nicht freundschaftlich zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Denn ich habe überhaupt nichts davon, wenn alle anderen in das Parlament einziehen, aber genau ich nicht und ich der Gelackmeierte bin. Sobald ich in dieses Parlament will, macht es keinen Sinn mehr, mit allen anderen in der Politikerkaste toll zu kooperieren. Ich möchte sie ausstechen, sonst bin ich nicht im Parlament. Und das gilt nicht nur auf der Bundestagsebene, das gilt auch auf der Landtagsebene und das gilt bei allen möglichen anderen Gremien auch. Wo immer wir ein demokratisches Gremium haben, mit einer festen Anzahl von Sitzen oder Plätzen, ist meine einzige Möglichkeit, an die Macht zu kommen, in den Einfluss zu kommen, an das Geld zu kommen, quasi die nächsten Stufe in meiner Karriereleiter zu gehen, nur einen anderen auszustechen. Das ist aber nicht der einzige Faktor, der dagegen spricht, dass Politiker und eine dolle, eingeschworene, abgekaterte, Verschwörung haben. Denn, und hier müssen wir auf die Persönlichkeit der Politiker gehen, Politiker sind dann eine sehr andere Persönlichkeit, als wir sie uns zumeist vorstellen. Wir sind dazu geneigt, vielleicht auch durch Fernsehserien wie House of Cards oder so, Politiker als machiavellistische Machtspieler mit hohem Risikoeinsatz zu betrachten. Und das mag vielleicht für die absolute Spitze mit dem US-Präsidenten hier und da mal zutreffen. Aber auch da nur sehr bedingt. Denn Politiker sind vor allem eins. Und das sind mehr als alles andere. Sie sind ängstlich. Sie sind risikoscheu. Sie fühlen sich bedroht. Sie sind paranoid. Und dieser Faktor nimmt sogar mit mehr Macht er zu, als dass er weniger wird. Denken wir nur an Personen wie Stalin oder zahlreiche andere Diktatoren, die völlig gestört vor lauter Paranoia waren, quasi keine Freunde mehr hatten und in der Bilanz ein mächtiges, aber absolut miserables, unglückliches Leben geführt haben, in dem sie die ganze Zeit nur auf der Hut waren, in dem sie die ganze Zeit nur davor Angst hatten, dass jemand sie ermorden könnte oder ausstechen könnte. Und so ähnlich ist das auch in der Politik. Nicht nur aufgrund der Anreizstruktur sind alle möglichen Parteifreunde eine Bedrohung für mich und meinen Posten. Auch die Öffentlichkeit ist das. Warum? Und das ist ein Gedanke, der ist vielleicht nicht ganz so intuitiv, wenn man die Politiker eh alle doof findet und hasst. Aber Politiker brauchen, um gewählt zu werden, eine gewisse Akzeptanz. Leute müssen sie mögen. Der einzige Weg, um als Politiker erfolgreich zu werden, ist, dass Leute einen mögen. Jetzt mögen sich einige der Zuschauer fragen, wie es sein kann, dass man Robert Habeck und Annalena Baerbock mag. Aber offensichtlich gibt es Leute, die Annalena Baerbock und Robert Habeck mögen, und zwar genug Prozent, damit diese Leute in Spitzenpositionen kommen. Aber dass sie da hinkommen und das Leute sie mögen, ist unerlässlich. Und zwar auf ganz vielen Ebenen, die man als Laie so erstmal gar nicht im Blick hat. Wenn du ein Politiker bist, dann hast du meistens einen Wahlkreis. Große Skandale in deinem Wahlkreis möchtest du nicht haben, du möchtest da nicht negativ auffallen. Das könnte zu schlechter Presseberichterstattung führen und dazu, dass deine Parteifreunde oder Genossen oder was auch immer lieber jemand anders aufstellen, der keinen so schlechten Ruf hat. Ergo gilt es, sich mit dem eigenen Wahlkreis gut und harmonisch zu verhalten. Das ist etwas, das sehen wir ja ganz in Politik. Beispielsweise nein, Politiker, die Bundeswehrkaserne in ihren Wahlkreisen haben, dazu mehr Verteidigungsausgaben zu fordern. Und es gibt ja nicht umsonst eine große Tendenz, dass Politiker sich selber dafür feiern, weil immer in ihren Wahlkreisen ein neues Schwimmbad mit irgendwelchen Fördermitteln errichtet wird. Das ist sozusagen Wahlkreisbeglückung und soll dafür sorgen, dass der Politiker im Wahlkreis beliebt ist. Auch wenn sein eigentlicher Job in Berlin im Bundestag ist. Aber nicht nur im Wahlkreis muss er beliebt sein, er muss auch bei seinen Parteifreunden sehr gut angesehen sein. Denn sonst kommt er nicht auf die Liste. Und das gilt sowohl für seinen lokalen Kreisverband, denn der wird ihnen nur einfach vorschlagen und wortreich und mit Begeisterung seine Kandidatur unterstützen und weiß, dass der Kandidat geeignet ist und Rückhalt hat. Nein, es gilt auch für den Landesvorstand, der mit reinfuscht, wenn die Landeslisten gemacht werden, wenn auch vielleicht eher hinter den Kulissen. Es gilt für die Parteifunktionäre, die am Ende bei der Wahl bestimmen, auf welchen Listenplatz er kommt. Aber er muss sich auch gut vorstellen mit dem Bundesvorstand. Denn ein Bundesvorstand besteht aus Leuten, die gut vernetzen und viel Einfluss in der Partei haben und die ihm die Karriere ruinieren könnten. Er muss sich aber auch gutstellen, wenn gerade wenn es eine Koalition ist, zu einem gewissen Maß mit den Koalitionspartnern, dass es da nicht so viel Krach gibt und schlechte Presse. Und er muss sich natürlich mit der Presse selber gutstellen. Er darf sich bei den Journalisten bloß nicht verscherzen. Und zwar weder bei seinem lokalen Wahlkreis noch auf Bundesebene. Vielleicht kann er sich es mal mit allen verscherzen, aber auf gar keinen Fall mit allen auf einmal. Denn dann hat er schlechte Presse und die Partei will nicht aufstellen und die Leute wollen ihn nicht wählen. Und während es sehr, sehr anstrengend ist, gutes Renommee aufzubauen, da zumal Politiker aus berechtigten Gründen allgemein nicht angesehen sind, denn natürlich sind das dann rückgratlose Schleimer im Normalfall, denn wie sonst schafft man es bei einem gleichzeitig beliebt zu sein, so ist es doch so, dass Renommee aufbauen sehr schwierig und anstrengend ist, aber man das enorm leicht verlieren kann, gerade in der heutigen Welt. Eine einzige unbedachte Äußerung, ein einziger Witz über Menschen mit dunkler Hautfarbe, der in die falschen Ohren gerät, ein einziger besoffener Autoabend, wo man sich um einen Baum gewickelt hat, eine einzige sexuelle Askapade mit einer Sekretärin im Büro und so weiter, oder auch nur ein einziger Abend mit Kokain, können die Karriere eines Politikers sehr, sehr, sehr schnell beenden. Und dann ist es fast egal, ob er vorher 10, 20 Jahre bei jedem die Klinke geputzt hat. Das heißt, das Risiko, diese enorme Investition zu verlieren an aufgebautem Vertrauen, ist sehr, sehr hoch. Und das macht es sehr, sehr unattraktiv, riskante Sachen zu sagen oder auch edgy Statements abzugeben. Und das ist auch der Grund, warum alle Politiker immer so floskelhaft sprechen, dass man sie auf nichts festnageln kann. Das ist nicht, weil die einfach nur böse oder machialistisch sind, das ist, weil diese Menschen Angst haben. Oft würden sie wahrscheinlich sogar gerne mal ihre wahre Meinung sagen, aber sie sind natürlich pragmatisch und sagen deshalb nicht ihre wahre Meinung. Das übrigens auch dazu führt, was man sich auch bewusst machen muss, das sind nicht unbedingt glückliche Menschen. Nicht umsonst hat der Bundestag eine enorme Alkoholikerquote. Wir haben dazu natürlich keine offiziellen Daten. Wir haben aber eine ganze Reihe von Aussagen von Politikern, die auch im Bundestag unterwegs waren, die man wieder bestätigt hat, gerade wenn sie raus waren, dass gefühlt fast jeder da sich jeden Abend die Hucke komplett voll säuft. Das liegt daran, weil das im Normalfall ängstliche Menschen sind, die nie ihren wahren Charakter zeigen können, sondern immer in einer bestimmten Rolle sind und sobald sie drohen, aus der Rolle rauszufallen oder was Falsches zu sagen, ihre ganze Karriere verlieren. Natürlich sind diese Menschen, und das möchte ich ja klar machen, dadurch nicht gute Menschen. Sie sind dadurch nicht ehrlich. Im Gegenteil, das ganze System ist darauf ausgelegt und belohnt den Politiker, der besonders unehrlich ist, der wirklich jede Hand schüttelt und jedem verspricht und sagt, was er hören will, ohne dass es zu sehr auffällt. Das ist das Idealmodell. Es geht hier nicht darum zu sagen, Politiker sind irgendwie toll, sondern es geht darum zu sagen, sie haben wenig Grund, als geheime, machiavellistische, auf Risiko gehende, geniale Verschwörung zu agieren, sondern es sind im Wesentlichen unglaublich viele, unglaublich ängstliche und paranoide Menschen, die alle hinter dem Rücken des anderen die Säbel wetzen und nicht so richtig wissen und niemandem trauen. Und so sollten wir uns Politiker mehr vorstellen. Und das gibt uns auch ein viel besseres Verständnis, wie gesagt, warum sie so blubberhaft reden, warum wir Sätze hören, wie in dieser schwierigen Krise geht es, dass wir zusammenstehen und konstruktiv nach Lösungen suchen. Lösungen, die die verschiedenen Interessengruppen einbeziehen und auch langfristig tragbar und nachhaltig sind. Diese Art von Statement kommt zustande, wenn man nichts sagen will, wenn man Angst hat, dass bald mal etwas sagt, man außen vor ist. Natürlich gibt es ein paar Politiker, die Ausnahmen sind und ein etwas riskanteres Spiel spielen, die eine Tugend daraus gemacht haben, die Parayas dieser Politikwelt zu sein. Denken wir zum Beispiel an Boris Palmer oder Sarah Wagenknecht. Das sind Leute, die im Wesentlichen ihre Stärke daraus ziehen, dass sie in der Öffentlichkeit beliebt sind, weil sie immer wieder erzählen, dass sie ja die einzigen Authentischen in diesem unaufrichtigen Laden sind. Und dass sie sich gegen ihre anderen korrupierten, umfallerischen Kollegen mit dem gesunden Menschenverstand ihrer selbst stellen. Aber das ist ein Modell, das können halt auch nur bedingte Amtsheimen Politiker tun. Und auch die Politiker, die es tun, sind am Ende oder sind am Anfang irgendwann mal auf ihre Posten gekommen, weil sie sehr erfolgreich sehr viele Hände geschüttelt haben und weil sie sich erfolgreich nach oben gebückt haben. Das sollten wir nicht vergessen. Damit bleibt aber eine Frage und ich denke, die bleibt dem meisten von euch im Kopf. Warum ist die Politik so scheiße? Warum sind alle immer unzufrieden mit der Politik? Warum kriegt die denn gar nichts hin? Warum sind denn die Lösungen von denen so unvernünftig? Und der Punkt ist, und das wird jetzt einige vielleicht freuen, die meisten aber wahrscheinlich auch nicht, weil sie im Herzen Contrarians sind, Politik macht schon, was die Menschen wollen. Politiker haben einen hohen Anreiz, so viele Menschen wie möglich zufrieden zu machen oder präziser, so wenig Menschen wie möglich ernsthaft auf den Schlips zu treten. Aber das Problem ist, dass die Menschen in einer komplexen Gesellschaft wie der Unserinheit unglaublich viel verschiedene Sachen wollen. Und ganz oft wollen die Menschen sogar komplett widersprüchliche Sachen. Und zwar nicht zwei verschiedene Menschengruppen, sondern die eine und dieselbe Person. Hier ein paar Beispiele. Leute rufen die ganze Zeit, dass wir in der Politik einen Mangel an Maß und Mitte haben. Aber dann kommt es irgendwo zu einem Anschlag oder einem Angriff, bevorzugt auf irgendeine junge deutsche Frau. Und dann heißt es, es ist jetzt mal Zeit, harte Mittel zu zeigen und die Bandagen abzulegen und mal richtig drauf zu gehen. Das sind die gleichen Leute, die sonst Maß und Mitte wollen. Aber die haben halt so ein paar Trigger-Themen, das kann auch mal wechseln nach der Mediagenda. Und dann wollen sie plötzlich nicht mehr Maß und Mitte, sondern Härte und Entschlossenheit. Wir haben eine Menge Leute, die zu Recht darüber klagen, dass sie so absurd hohe Steuern zahlen und gar keinen Bock mehr haben. Die haben aber trotzdem, sobald sie gefragt werden, sagen, ja natürlich müssen wir einen starken Sozialstaat haben. Ja, wir tun einfach nicht genug für unsere Kinder. ETC, ETC. Auch das ist widersprüchlich. Entweder der Staat nimmt die Neuten mittels der Staatsgewalt gegen ihren Willen das Geld und verteilt es um, oder er tut es nicht. Aber der Staat kann kein Geld aus dem Nichts zaubern. Das heißt, alles, was der Staat verteilt, muss er jemanden wegnehmen. Und wenn ich der Meinung bin, ich sollte weniger Steuern zahlen, aber der Staat sollte trotzdem mehr tun, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man verschuldet sich und verdeckt das Ganze und dann haben wir Inflation, ETC. Oder aber irgendjemand anders wird etwas weggenommen. Aber es gibt nicht die Variante, der Staat zaubert das aus dem Nichts. Das Problem ist, irgendwer anders hat ja auch keinen Bock darauf, dass ihm mehr abgenommen wird, möchte aber auch gerne irgendetwas subventioniert gefördert und bezahlt haben. Und dann zwischensitzt dann der Politiker mit ganz vielen Leuten, die alle davon träumen, mittels dem Staat ihre Mitmenschen zu drangsalieren und zu berauben, aber selber alle keinen Bock haben, drangsaliert und beraubt zu werden. Und das erwartet dann ein Mensch von dem Politiker. Und dann soll der mal was tun. Und was kommt raus? Enorm schlechte widersprüchliche Kompromisse, unglaublich viel Kleinscheiß, um niemandem zu sehr weh zu tun und so weiter und so fort. Aber das ändert nichts daran, dass das im Wesentlichen die Politik ist, die die Menschen wollen. Demokratie funktioniert, unser Parlament ist unser Volkswille. Nur, um einen gewissen Sekten-Guru mal zu zitieren, das Problem ist, die Menschen sind halt ein bisschen behindert im Denken. Und dadurch, dass sie widersprüchlichen Blödsinn fordern und immer nur in dem Mindset denken, die Politik soll mal gefälligst. Nicht, ich selber bin verantwortlich oder wir lassen den ganzen Scheiß mit der Politik und die Menschen machen mal selber. Sondern weil die Menschen immer glauben, die Politik soll mal machen, muss die Politik sich dann damit herumschlagen. Und die Politik in dem Fall meint vor allen Dingen die Politiker, die Abgeordneten. Und so, denke ich, haben wir ein viel besseres Verständnis, warum unsere Politiker so sind, wie sie sind. Warum sie uns quasi die Wahrheit sagen, weil es sich für sie nicht lohnt in unserem System. Warum sie tendenziell so rückgratlos erscheinen und warum Politik so dreckig als Geschäft erscheint. Weil es ein Nullsummen-Spiel ist und ich nur in den Posten komme, wenn ich andere fertig mache. Und warum trotzdem die Politik so völlig doof ist, obwohl offensichtlich das Volk und die ganzen Einfluss- und Lobbygruppen und Medien und Parteiverbände und mit denen man es sich allen nicht verscherzen kann, obwohl die trotzdem alle ununterbrochen auf die Politik einreden und obwohl die Politik versucht, den Wünschen dieser Menschen zu entsprechen. Was ist also die Lösung des Ganzen? Ich persönlich wäre dafür ja mal ein anderes Modell zu probieren. Und zwar ist das einfach mal weniger Politik. Einfach niemand beraubt seine Mitmenschen via Staatsgewalt und niemand drangsaliert seine Mitmenschen via Staatsgewalt. Und die Menschen kommen halt selber klar und sind für ihr Leben selber verantwortlich. Das ist natürlich eine Lösung, die gefällt den meisten Leuten nicht, weil insgeheim wollten sie schon irgendwie gerne und sie stören sich schon daran, dass ihr Nachbar, weil das muss ja nicht. Das gefällt natürlich auch den Politikern nicht, weil die meisten von denen könnten wir dann guten Gewissens arbeitslos machen, was ich sehr begrüßen würde. Aber das ist halt eine Lösung, die so nah leider noch nicht ist. Das ist die Lösung radikaler Freiheit. Aber wenn ihr die spannend findet, könnt ihr ja mal bei allen RAND oder so reinschauen. Das aber wäre ein Thema für ein anderes Video. Für den Moment hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Das war für euch informativ. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Vor allen Dingen subscribt und aktiviert die Benachrichtigung. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Das war Max Remke von Der andere Rebell. Das war Max Remke von Der andere Rebell.